Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen im Falter-Radio. Sie hören in dieser Sendung passend zum Nationalfeiertag Neos-Gründer Matthias Strolz über die Widrigkeiten des Politikerlebens. Warum Strolz eine Rückkehr in die Politik aber trotzdem nicht ausschließt. Es ist der zweite Teil eines Gesprächs, das Falter-Redakteur Benedikt Narodoslavski zum zehnjährigen Jubiläum der Neos mit dem Parteigründer geführt hat. Im ersten Teil, der bereits online ist, spricht Strolz über die Herausforderungen, die man bei der Gründung und beim Aufbau einer Partei hat. Über politische Fouls und über das System Kurz, von dem er eindringlich warnt. In diesem zweiten Teil redet Strolz sehr offen über den politischen Betrieb, die Probleme innerhalb seiner Partei, über die Hochzeit mit dem liberalen Forum und seinem öffentlichen Image als Esoteriker. Am Anfang fragt ihn Benedikt Narodoslavski, warum für Strolz der Wahlkampf 2017 noch schwieriger war als der erste Wahlkampf, bei dem den Neos das Sprung ins Parlament ja gelungen ist. Na, weil einfach das Feld der Mitbewerber extrem stark aufgestellt war. Es war ein Christian Kern da, der große Strahlkraft hatte, mit einem schwierigen Wahlkampf zugegebenermaßen. Es war Sebastian Kurz einfach im Zenit seiner handwerklichen Brillanz. Das ist einfach, also ich finde nicht, dass er ein karismatischer Redner ist, überhaupt nicht. Aber es gibt zum Beispiel niemand, der ZIP2 besser kann wie er. Er und dann kommt Grasser. Und das sind schon auch harte Währungen. Und auch einfach vom Agenda-Setting, von der Art und Weise, wie sie die Medien kontrolliert haben, gefüttert und kontrolliert haben, das hat diese Republik seit Hitler nicht gesehen. Wir haben das auch nicht für möglich gehalten, dass das in einer Demokratie so smooth funktioniert. In einer Mischung aus Anfüttern, Geldwert und auch charmant bezirzen und Stakeholder-Management. Also handwerklich ganz vieles brillant. Und es ist ihnen einfach alles aufgegangen. Es war zum Verzweifeln als Mitbewerber. Du stehst da daneben und die haben jeden Tag ein scheißnaues Thema gesetzt. Und die ganzen Medien sind aufgehüpftet, oder die fast alle. Und am Freitag haben es wieder die Wochenendnummer gespielt, also das ganze Wochenende gespielt mit dem Thema. Und am Montag kam die Lösung. Es war wie ein Drehbuch, wo einfach jede Seite aufgeht. Und du stehst daneben und schaust nicht einmal in Auspuff. Die sind so weit vorne. Das ist schon hart. Und das macht auch was mit der eigenen Partei und der eigenen Bewegung. Die sind dann auch ein Stück weit beeindruckt vom Mitbewerb. Und das demobilisiert natürlich. Die eigenen Wähler, die eigene Mannschaft. Und wir haben da sicherlich intern auch Themen gehabt, wo wir nicht immer einer Meinung waren. Und wo so vielleicht nach den ersten harten sechs Jahren seit Gründung auch mancherorts auch schon die Luft ausgegangen ist. Das ist ja auch möglich. Und waren das inhaltliche Geschichten? Weniger inhaltlich. Aber es war nicht immer lustvoll im Vorstand in diesen Jahren. Das muss ich schon so sagen, ja. Weil es auseinander getrifftet ist? Oder weil es persönliche... Nein, das hat einfach... Das war nicht so gut integriert wie in den ersten Jahren. Und vielleicht lag es auch an der Führungsperformance das Vorsitzende von mir. Ich will es jetzt gar nicht da öffentlich sezieren. Aber es waren schwierige Monate. Und ich habe dann eigentlich mit engem Team manche Dinge einfach selbst entschieden. Nämlich ein Buch herauszubringen. Und das hat der Parteivorstand gesagt. Also der Christian Kahn hat gerade ein Buch schreiben lassen von Ghostwritern. Und ich habe gesagt, ich schreibe auch eines. Ich will... da irgendwie... Da hat Puzzikoff gesagt, ihr seid eh super und habt so viele brillante Inhalte. Aber bei euch sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und man weiß eigentlich gar nicht, für was steht es. Das hat mich sehr gekränkt. Wir haben Millionen in einamtliche Stunden investiert. Da habe ich gesagt, ja, dann müssen wir das vereinfachen. Dann schreibe ich ein kleines Buch, wo ich versuche, das herzuleiten. Andere haben gesagt, ihr seid rich kids. Ihr seid fad im Schädel. Ihr macht halt Politik so am Nachmittag um vier bis sechs, oder? Das ist auch kränkend, wenn du einfach sechs Jahre deines Lebens in den Dienst stellst. 24-7. Und dann habe ich gesagt, na, dann will ich meinen Werdegang. Ich bin ein Bergbauernbub. Ich bin mit leeren Händen nach Wien gekommen. Ich bin kein rich kid. Und rich kids sind auch okay. Sind auch Menschen. Wollte das in einen Kontext stellen. Auch unsere gesellschaftliche Vision und auch unser Kernprogramm. Das habe ich in ein Buch gepackt. Und habe gesagt, der Partei, das können wir dann auch verwenden. Und die haben gesagt, der Parteivorstand hat gesagt, na, das, aus Compliance-Gründen können sie das nicht drucken und verteilen. Ich sage, warum nicht? Naja, das muss ja jeder dieselben Chancen haben. Keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, naja, wie gut, dass ich auch Klubobmann bin. Gehe ich halt zum Klub, der eigene juristische Person. Das Klubpräsidium hat er auch befunden. Das kann man aus Compliance-Gründen nicht machen. Dann habe ich gesagt, wisst du was, dann schreibe ich es halt alleine und suche mir private Spender. Und dann haben wir auch, ich habe dann private Spender gefunden. Wir haben das dann 10.000 Mal gedruckt. Aber die Partei war nicht einmal im Stand, das zu verteilen im Wahlkampf ausreichend. Also so war man ein bisschen auch organisatorisch nicht ausreichend high-end aufgestellt. Aber das hat zum Beispiel dann viele Spenden gebracht. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel einer hat uns einmal 50.000 Euro gespendet, war auch öffentlich. Und da war dann bei mir ein großer Unternehmer, der in Singapur gelebt hat, ein Niederösterreicher. Und dann war er auf Besuch. Da haben wir das Buch mitgegeben. Nächsten Tag kommt ein E-Mail, sagt er, jetzt hat er das gelesen. Er findet das großartig für unser Land. Er schickt nochmal 50.000 Euro. Wünscht uns alles Gute. Und ich habe gesagt, schau, deswegen wollte ich es machen. Damit wir erkennbar sind. Das spielt sich hundertmal einer. Aber wie kann das eigentlich sein, dass man 2013 so gründet und dann sie formiert und 2017 eigentlich nicht mehr genau weiß, wofür man steht? Was passiert dann in diesen Jahren? Nein, wir haben schon gewusst. Aber wir waren nicht ausreichend fähig, es so klar zu kommunizieren. Ich glaube, wir sind in eine gute Wahlbewegung gekommen. Wir haben dann Chancenpläne gemacht. Zwölf Chancenpläne mit Externen jeweils. Der Heini Neisser war dabei. Also da waren viele Kapazunder dabei, die sich in den Dienst gestellt haben. Wir haben Plattformen gemacht. Talente Blühn, auch solche, die nicht mit Parteien gehen wollten. Aufschwung Austria haben wir gegründet. Also das ist uns dann schon gelungen. Aber wir haben alle einen Zwischentief gehabt. Wo du dich halt in der Mühe der Ebene auch verzettelst, möglicherweise. Und das ist in Ordnung. Das gehört dazu. Also das ist keine Familie läuft flach durch zehn Jahre, sondern du hast deine Hochs und deine schwierigeren Phasen. Kein Unternehmen, kein Verein, keine Partei. Und dann haben wir diese Rede an die Lage der Nation gemacht. Das war voll Unikertauer. Da haben wir auch das Buch verteilt. Dann ist die Irmgard Christ zu uns gekommen. Und die hat uns lang geprüft. Auch das Angebot von Sebastian Kurz war Nummer zwei und Ministerin mit viel mehr Charme serviert. Und natürlich die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass das etwas wird für sie. Und sie hat sich dann für uns entschieden. Also sie hat nach eingehender Prüfung natürlich auch erkannt, dass dort Form über Substanz herrscht, um das ganz nett zu formulieren. Und hat sich dann für NEOS entschieden. Und so sind wir dann doch in eine kraftvolle Bewegung gekommen, Richtung Wahltag Herbst 2017. Das heißt, Grieß war sozusagen die Überlebensgarantie dann? War sie nicht. Oder hat es den Umschwung gebraucht? Nein, diese Rede zur Lage der Nation, das war glaube ich am 1. Juni schon oder schon früher. Also wir haben eine Abfolge von, und wir haben dann einen guten Wahlkampf gehabt, diese Chancenpläne, wo wir noch viel weitere Weggefährten hereingeholt haben. Ich glaube, dass schlussendlich wesentlich auch spielentscheidend waren die Fernsehauftritte. Das war die dichteste Fernseh-Wahlkampf-Serie, die Österreich jemals erlebt hat. Ich glaube, wir haben 17 Duelle gefochten oder Großrunden. Und da habe ich zwei davon, waren nicht optimal und die anderen waren stark, glaube ich. stark serviert. Ich glaube, in der Abschlussrunde, Elefantenrunde, war ich einer der Starkeren von den Fünfen. War der Sechsen. Und auch wir haben zum Beispiel als erste Partei Österreichs ein durchgerechnetes CO2-Bepreisungsmodell geliefert. Und zwar Sepp Schälhorn und ich, der Wirtschaftssprecher und Parteichef einer wirtschaftsaffinen Partei. Also die Grünen sind ja dann sogar rausgeflogen aus dem Parlament hier. Also es war extrem kompetitiv 2017. Extrem kompetitiv. Wie wichtig sind diese TV-Auftritte? Weil die hat man 2013 noch nicht gehabt. Naja, die waren 2017 extrem wichtig. Da konntest du alles verlieren oder vieles gewinnen. Schlussendlich muss es aber in den Gesamtwahlkampf passen. Ich glaube, dass sie da nichts verschoben haben im Grundsätzlichen. Die Performance von Sebastian Kurz und seinem Team war einfach uns alle überflügelnd. Und die Menschen haben nicht dahinter geschaut. Also die Wählerinnen und Wähler haben in großem Stil ausgelassen. Die haben sich hier echt blenden lassen. In großem Stil. Und du konntest sagen, was du wolltest. Das wurde weggewischt. Es ist aber die beste Schwiegersohn der Nation. Aber diese Anfangsphase, da habe ich so die Neos noch erlebt als eigentlich unter der Wahrnehmungsschwelle. Ich kann mich selber an eine Pressekonferenz erinnern. Da war ich alleine dort und dann hat sich die Pressesprecherin irgendwie nicht mehr hingesetzt. Das war irgendwie so eine ganz peinliche Stimmung. Aber irgendwie lustig auch. Es gab viele solche. Das war scheiße. Das ist beklemmend. Einmal habe ich eine Pressekonferenz gemacht, wo nicht einmal sie da waren. Ich war alleine. Wow. Das ist elend. Da schauen dich deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Ist das schon der Richtige an der Spitze? Sind wir schon noch richtig unterwegs? Wir wollten positiv sein. Weil manche auch sagen, die sind so negativ. Und ich erlebe es auch heute als Bürger. Viel zu negativ alles. Alle Parlamentsparteien. Im Umgang miteinander. Weil mir Wertschätzung so wichtig ist. Habe ich selber eingehalten. Immer nein. Aber du wirst auch konditioniert. Wenn du einmal eine Pressekonferenz hast, wo keine Sau kommt. Und du lädst am nächsten Tag ein und sagst, morgen um 11 Uhr haue ich einer mit Anlauf aufs Knie. Es wird blutig. Dann ist die Hütte voll. Und dann weißt du, was du zu tun hast. Die nächsten Monate, Jahre. Wenn du die Hütte voll haben willst. Oder in Schönheit sterben. Und wenn der Mitbewerber offen lügt und kriminell finanziert, dann bist du nicht auf einem Level Playing Field. Wir haben damals 2017 nicht einmal einen Teilzeitangestellten Geschäftsführer gehabt in den Bundesländern. Also muss man sich vorstellen, in Niederösterreich, die niederösterreichische ÖVP hat Hundertschaften mit den Kammern gemeinsam, die sie hier missbraucht. Rennen da Hunderte, wahrscheinlich über Tausend Vollberufliche, wenn du auch die Kommunalstruktur nimmst, die auch missbraucht werden. Und du hast nicht einmal eine Halbzeitkraft. Das heißt, du spielst dort Barfuß Champions League. Und wenn dein größter Mitbewerber dann noch kriminell finanziert und das Gesetz wissentlich bricht und das Zehnfache deines Geldeinsatzes verwendet für den Wahlkampf, dann spielst du Champions League Barfuß bergauf gegen den Typen. Und dann musst du froh sein, wenn du ein Tor schießt mit 5 Prozent. Und da waren wir dann am Schluss auch froh. Obwohl ich enttäuscht war durchaus. Ich hätte mir mehr erwartet. Aber such is life. Ja, 2017 jetzt. Ja, angesichts dessen, dass die Grünen ausgeflogen sind, haben wir gesagt, naja, wollen wir nicht unbescheiden sein. Das zweite Mal ist wahrscheinlich schwieriger und das zeigt auch zeitgeschichtlich. Also schlussendlich, die NEOS sind mit Abstand das schnellst wachsende Politprojekt der Zweiten Republik seit 1945, wenn man die drei Lagerparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ abzieht und deren Abspaltungen. Die Grünen sind viel langsamer gewachsen, haben in manchen Bundesländern bis zu vier oder fünf Antritte, glaube ich, in einem, glaube ich, gebraucht. Aber es geht halt nicht schneller. Es ist frustrierend. Viele Leute kommen, warum wird das eigentlich nichts? Und sie sagen, wir sind mit Abstand das Schnellste seit drei Generationen. Aber so ist es. Ich hätte auch gerne, dass es schneller geht. Aber ich habe auch erlebt, dass es bei den Ciudadanos schneller geht in Spanien. Dass es bei den Novocesner in Polen schneller geht. Das sind über 20 Prozent Gewachsenheit, da sind sie alle eingegangen oder gespalten. Also lieber Schritt für Schritt für Schritt, um diesem Land was bedeuten zu können, was belastbar ist. Dieses Land braucht einen zusätzlichen Player in der Mitte, der als Scharnierpartei links und rechts verbinden kann. Sonst sind wir dem Rechtspopulismus massiv ausgeliefert. Sie haben damals in diesem Standardinterview, über das wir schon gesprochen haben, ja gesagt, Sie sehen es in der Regierung und Oppositionspolitik ist nichts für Sie. Hat Sie das dann auch irgendwann frustriert, dass man dann jetzt schon irgendwie seit Jahren in der Politik sitzt, aber eigentlich nie was verändern kann? Weil Sie sind ja mit dem Anspruch angetreten, das Land zu verändern. Nein, hat mich nicht frustriert, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich bin exekutiv. Ich bin jeden Morgen aufgestanden und habe exekutiert, nämlich Parteiaufbau. Das hat sich 2017 dann gewandelt. Wir sind dann rausgegangen 2017. Zu Weihnachten 2017 habe ich ja beschlossen, auch mit dem Echo meiner Kinder im Ohr, also du hast schon keine Nerven für uns. Aber ich habe gesagt, wird sich das ändern? Nein. Für die Familie ist es jetzt der letzte mögliche gute Zeitpunkt, dass ich übergebe. Für die Partei der erste mögliche Zeitpunkt. Gute Zeitpunkt, übergeben kannst du immer. Also Ziegelstein und die Übergabe ist schon perfekt. Aber es ist nicht immer gut möglich. Aber wenn diese vier Landtagswahlen noch gut gehen, dann sind wir zum ersten Mal in einem Ressourcenzustand zum Beispiel, dass wir in jedem Bundesland eine Halbzeitkraft als Geschäftsführung einstellen können. Das sind so bescheidene Ziele. Möglicherweise schaffen wir es in einer ersten Regierungsbeteiligung. Drei von vier müssen gut gehen, Kärnten wird schwierig, möglicherweise Landesregierung und dann übergebe ich. Und das war dann mit Mai auch klar. Wir waren gerade am Verhandeln in Salzburg. Das war keine Muss-Bedingung, aber drei sind gut gegangen, Kärnten hat nicht funktioniert. Und deswegen habe ich übergeben und ja, war ich frustriert. Nein, ich liebe Politik. Immer noch. Das kannst du nicht aussuchen, deine Lieben. Also der eine sammelt Kastanien oder presst Harbstblätter, der andere sammelt Bierdeckel oder die nächste Briefmarken. I don't know. Ich liebe Politik. Und Kastanien. Und Kastanien, genau. Aber ja, ich habe schon gemerkt, Achtung, wir haben natürlich funktional ausdifferenziert. Wir haben dann nach dem Einzug 2017 gestärkt, nicht so viel wie wir wollten, aber wir waren dann auch das Züngling an der Waage für die Verfassungsmehrheit. Das hat uns politischen Auftrieb gegeben. Wir haben im November im 23. Bezirk in Ackersdorf eine Klausur gehabt, da haben wir strategisch definiert, wir sind die Opposition, die großgeschrieben, haben das dann exekutiert. Teamaufbau neu, stellst 40, 50, 60 Leute neu ein, da hast du extrem die Hände voll. Diese Wochen, Monate nach einer Parlamentswahl, wo du den Parlamentsklub aufbaust, die Partei auch ein Stück weit neu strukturierst. Im Jänner haben die ersten Zeitungen geschrieben, die Neos sind ja eigentlich die Oppositionspartei. Also da ist unser strategischer Ansatz voll aufgegangen. Und für mich war es dann auch klar, aha, jetzt können wir Momentum aufgreifen für diese Landtagswahlen. Aber eben, wenn uns das gelingt, dann sind wir auch in diesem Reifegrad, dass die Partei und Bewegung wahrscheinlich sogar Schwung mitnimmt von meinem Abgang. Weil du eine neue Führungsenergie Sinn machst. Und ich habe gewusst, die Beate ist in den Startlöchern, ist eh ungeduldig. Und die ist auch so weit. Ich glaube, dass es für sie wichtig war, diese Erfahrung in Wien zu sammeln, weil sie keine Führungserfahrung in dem Fall hatte, aus ihrem beruflichen Track Record. Und ich habe in Wien schon mit unglaublichem Einsatz und viel Geschick auch einen Erfolg. Und 23 Bezirksparlamente und Bezirksgruppen, das war schon beachtlich. Und sie ist natürlich kommunikativ eine Wucht. Und ich habe gewusst, das ist ja auch in guten Händen. Ich war damals dabei, wie sie gesehen hat, wie die Balken hochgehen. Und sie hat vorher den Medien gesagt, nein, sie ist sicher, dass sie reinkommt. Und dann hat sie so einen irren Schrei in der Wienwahl so loslassen. Es war eine unglaubliche Befreiung, der so richtig durchgegangen ist. Und es gibt ja auch die Bilder von Ihnen 2013, wo Sie so aufhupfen. Was geht einem da durch den Kopf, wenn dann die Balken hochgehen? Kann man das beschreiben? Oder ist das ein totaler Druckabfall? Weil die meisten Hörerinnen und Hörer sind ja nicht in der Situation, dass sie eine Partei quasi ins Überleben bringen müssen. Ich glaube, da geht gar nicht viel durch den Körper, geht eine Welle der Euphorie. Da bist du aber auch in einem Massenphänomen einfach. Weil wir waren halt am 7. in unserem Parteilokal, das auch ein Glücksfall war. Das Parteilokal, wir haben dann gesagt, wir brauchen einen Ort für diese Bewegung. Und wir waren zwei Tage vor einer Unterzeichnung einer 40-Quadratmeter-Kiste irgendwo. Wir haben gesagt, wir finden nichts, wir haben das Geld nicht. Und dann kam ums Eck dieses Loft, das uns bis heute begleitet, das günstiger zu haben war, wenn wir eins sind, wird es teurer und so weiter. Und da drin sind einfach keine Ahnung, 300 Leute. Und die sind alle in derselben Sekunde um 17 Uhr hochgefahren bei der Hochrechnung. Und ich weiß noch, eines, was mir durch den Kopf gegangen ist, hoffentlich rasseln wir jetzt nicht durch in den unteren Stock. Weil wenn da natürlich 300 Leute gleichzeitig hüpfen und landen, ist das für die Statik eines Gebäudes wahrscheinlich, ich bin kein Techniker, aber eine Aufgabe. Tatsächlich sowas auch, aber ansonsten war das einfach Euphorie pur. Aber das heißt, Sie haben schon daran gezweifelt, dass Sie reinkommen? Nein, ich nie. Außer, dass ich gezweifelt habe. Aber ich habe immer gewusst, ich bin drin. Keine Ahnung, das ist eine Art von, ich habe da eine wahnsinnig klare Energie gehabt in diesen Jahren, die ich ab und zu auch, also da denke ich gerne zurück, weil ich habe selten in Phasen meines Lebens so viel Klarheit gehabt, die ich auch anderen vermitteln konnte. Ich konnte ja auch anderen vermitteln, wir sind drin. Und daneben steht ein Hochschulprofessor und eine Spitzenjournalist und sagt, das stimmt ja gar nicht, das ist ja, ihr habt keine Chance. Wir haben mit den Piraten verhandelt, mit 20 Parteien eben, oder Bewegungen mit der Männerpartei. Die haben gesagt, wir werden drin sein. Wer seid ihr nochmal, wie heißt ihr? Wir sind die Hälfte der Bevölkerung. Die EU-Austrittspartei war eine kurze Verhandlung. Inhaltlich haben wir nicht viel miteinander zu tun. Aber 20 Prozent wollen raus, wir sind drin. Mit den Piraten, die hatten damals in Umfragen einmal 9 Prozent. Wir haben 1 Prozent gehabt. Die haben natürlich einen geschwollenen Kamm gehabt. So irgendwas, was wollt ihr denn jetzt, Wutschgeld? Und dann haben sie gesagt, naja, mit euch wissen wir nicht. Wir haben gesagt, wir würden irgendwie vielleicht schon zusammen können. Ihr seid so irgendwie, ich sage, was sind wir? Naja, ihr seid so, ist ja professionell. Dann sage ich, naja, und was seid ihr vielleicht? Naja, wir sind so idealistisch. Dann sage ich, ja, das trifft sich gut. Wir sind auch sehr idealistisch. Und was seid ihr zusätzlich noch? Und da ist nichts gekommen. Ich sage, ihr seid naiv. Aber wenn ihr dieses eingefahrene Machtsystem herausfordern wollt, dann dürft ihr eines nicht sein. Hoffentlich seid ihr idealistisch. Aber eines dürft ihr nicht sein. Naiv. Und wir Neos waren naiv genug. Aber unter dem Niveau von uns solltest du es nicht machen. Weil es ist lebensgefährlich für dich und deine persönliche Existenz. Wirtschaftliche zumindest. Du wirst zumindest nicht ums Eck trat in diesem Land. Und wir haben mit den Jules dann verhandelt. Die waren ja eine Jugendorganisation, die schon eine Europawahl hinter sich hatte. Also die jungen Liberalen, ja. Ja, die haben sich aber mit dem Niveau eigentlich zerstritten gehabt oder entfremdet. Haben sich stark an den Julis in Deutschland orientiert. Also waren eine Jugendorganisation, die eigentlich eine Mutter gesucht hat. Und wir sind dann ihre Mutter geworden mit der obskuren Eigenschaft, dass die Mutter jünger ist als die Tochter. Aber die haben ja den Namen dann auch geändert. Da haben wir auch verhandelt. Und die haben stark das ideologisch-liberale hereingebracht. Aber auch einen hohen Organisationsgrad. Und warum hat man die gebraucht? Weil das war ja sozusagen der Kitt zum Liberalen Forum dann. Dann kamen wir mit dem Liberalen Forum, wo wir auch lang verhandelt, mit Angelika Mlina, die ich in sehr guter Erinnerung habe. Und wir haben vieles gemeinsam gemacht. Weil der gemeinsame Abschied ja nicht einfach war. Aber ich werde das ihr Leben lang, mein Leben lang werde ich das ihr immer hochhalten, wie wir da gemeinsam gearbeitet haben. Wir haben monatelang verhandelt. Und die Angelika Mlina ist dann einmal in die Neosphäre gekommen für ein letztes Gespräch. Hat das eigentlich schon abmoderiert gehabt. Ich weiß noch, der Veit Dengler war auch dabei. Und ich, Michael Bock, glaube ich auch. Und dann lassen wir es halt oder kommen wir nicht zu Hause. Und wir haben gesagt, wir machen es. Machen wir eine Weibleidform. Also wir haben einige natürlich auch Kriterien, die wir uns ausverhandeln müssen. Und da kam dann auch, wir waren natürlich auch interessiert an der Mitgift, Hans-Peter Hasensteiner. Weil wir waren immer noch relativ arm. Wir haben gewusst, wir sind nicht, auf der finanziellen Ecke sind wir noch nicht satisfaktionsfähig. Und wir haben aber vor allem, hat es inhaltlich gepasst. Aber es ist ja so, dass es inhaltlich ja schon ausgearbeitet war. Wie haben dann die Liberalen das nochmal verändert? Sie haben jetzt vorher gesagt, den Begriff der Freiheit haben sie eingebracht. Aber wie stark ist sozusagen diese Hochzeit auch ein bisschen? Hat es denn die Braut verändert oder hat den Bräutigam? Nein, wir haben doch den Influx der Julis, spätere Junos, junge liberale Neos, und des Livs natürlich eine stark liberal-ideologische Flanke bekommen. Ich bin nicht ideologisch liberal. Ich bin wertebasiert liberal. Und ich glaube, die meisten Ur-Neos sind wertebasiert liberal. Wir haben auch einen leicht libertären, kleinen libertären Flügel bekommen, mit dem tue ich mir inhaltlich schwer. Ich finde, libertär ist nahe an der Ignoranz. Aber der ist gering. Den gibt es auch in der ÖVP, ganz gering. Aber er ist nicht wesensbestimmend für Neos, hätte ich das Gefühl. Kann aber gegen uns verwendet werden. Mitte links. Damit kannst du Mitte links verscheichen. Wird auch gegen uns verwendet, immer wieder erfolgreich. Und der Name Neos hat ja damals neues Österreich-Gasen. Und mit der Kombination der Liberalen war ja natürlich der Vorwurf der Neoliberalen sehr schnell da. Die Mail Reising hat einmal gesagt, dass das vielleicht nicht der gescheiterste Name war. Würden Sie das bestätigen? Naja, das Neos, das Akronym für das neue Österreich. Wir haben ja gesagt, wir wollen diese ganze Ismen des 20. Jahrhunderts, wollen wir nicht. Das war unser erstes Dreivierteljahr eigentlich. Wir wollen die Ismen, mit den Ismen haben wir, und da war der Liberalismus der harmloseste, aber wir haben mit den Ismen über 100 Millionen Menschen vergewaltigt, ermordet, getötet, getökelt. Getökelt haben wir Milliarden, aber umgebracht haben wir. Also Faschismus, Kommunismus. Und wir wollen die ganzen Ismen des 20. Jahrhunderts nicht. Und ich habe dann auch erklärt, auch öffentlich, also Neos ist das erste sowohl-als-auch-Politikprojekt. Wir sind systemisch integral, wenn ich es wissenschaftlich vermessen will. Dazu gibt es Literatur. Wir sind das erste systemische Politikprojekt. Wir sind die erste postmoderne Politorganisation Österreichs. Wir sind ein Kind einer Welle, die über die ganzen Planeten geht, habe ich auf der View einmal referiert, das nennt sich Sharing, Teilhabe. Wir sind eine Schwester von Twitter, vom Arabischen Frühling und von den Piraten. Und wir sind ein ganz kleines Bild in der Welle, weil dann die Empörung war, wie groß machst du das? Nein, aber wir sind verwandt mit dem, was da über den Planeten geht. Weil es eine Form von Revolution ist oder weil es da sehr stark über Social Media geht? Ja, weil es so extrem partizipativ war. Wir haben kombiniert Idealismus mit Professionalität. Eben nicht Naivität mit Idealismus, sondern Idealismus-Professionalität. Gibt es auch auf meiner Website, Stroll.eu. Den Buchbeitrag noch von der Barbara Todt und Thomas Hofer nach der Wahl 2013. Da habe ich auch diesen Titel gewählt. Eine pralle Mischung aus Idealismus und Professionalität. Das war einer unserer USPs, aber auch Erfolgsfaktoren. Und also zurück zum Namen. Wir haben gesagt, wir sind liberal, wollen wir auch nicht. Weil das Liv war auch irgendwie eingeschlafen und 20 Jahre lebender Toter, ein bisschen Zombie. Ja, und dann sind wir einfach zusammengewachsen. So wie dich ab und zu verliebst. Also wir haben gemerkt, wow, wir haben uns einander viel zu geben. Und ich kann mich erinnern, auch bei dieser WU-Veranstaltung bin ich auf die Heide Schmid zugegangen. So können wir nachher noch kurz einen Kaffee trinken. Dann sind wir dann rüber ins Lokal. Damals war die WU, glaube ich, noch oben im 9. Auggarten. Oder bei der Müllverbrennungsanlage. Genau, Spittelau. Spittelau. Und dann war sie fast ein bisschen widerwillig. Sie hat also nicht viel Zeit. Und wer ich überhaupt bin. Ja, wir gründen deine Partei. Oder wir sind schon mittendrin. Und vielleicht haben sie es gelesen. Wir sind im Verhandeln mit ihren Leuten. Und das geht mir alles nichts an. So ein bisschen macht es halt, was wollt es. Und später sind wir auch natürlich mit der Heide Schmid zusammengewachsen. Und dann war es die Entscheidung, das war im Oktober, November 2013, bin ich im Parlament gesessen, habe einen Kaffee Latte bestellt im Parlamentsrestaurant. Und dieser recht strenge Kellner, der dann zwei Jahre später in Pension gegangen bin, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber die Journalisten kennen ihn auch von früher. Der dachte, was wollen Sie da? Sag ich mir, Kaffee Latte. Ja, was ist das? Sag ich mir, ja, das ist halt so Kaffee, Milch. Aha. Ah, ein Häferlkaffee wollen Sie. Dann habe ich getwittert, Achtung, man lerne, im Parlament gibt es also keinen Kaffee Latte, man bestellt einen Häferlkaffee. Dann antwortet der armen Wolf, naja, die Neos sind eine Kaffee Latte Partei. Also, und das war dieses Sentiment, die Neos sind rich kids, machen Politik als Langeweile zwischen vier und sechs, sind Bobos, wissen eigentlich gar nicht, was sie wollen. Und an dem Abend habe ich beschlossen, Scheiß drauf. Erstens sind wir in einer Wahlplattform mit dem LIV, zweitens werden wir das LIV heiraten, drittens sind wir wertemäßig natürlich eine liberale politische Bewegung und haben schon einen starken ideologischen liberalen Ast und bewegen uns derzeit in Vollmitgliedschaft hinein in die europäische liberale Parteienfamilie. Und die LIV bringt zwar Prozent plus Haselsteiner Geld. Genau, das war aber schon nach der Wahl. Also nach der Wahl. Und dann haben wir, der Veit Dengler war immer gut im Vermessen von internationalen Fallstudien, der ist auch gekommen und hat gesagt, wir müssen jetzt heiraten. Ich habe gesagt, aus organisationsentwicklerischer Sicht, systemischer Sicht unbedingt, weil wenn wir in Ressourcenkonkurrenz, beide haben nichts, antreten bei der nächsten Wahl und uns zusammenstreiten müssen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir streiten, viel größer, als dass wir reüssieren, unterwegs, auch Landtagswahlen etc. Also heiraten. Und das muss jetzt durchziehen, haben wir gemeinsam befunden, weil ich war am ersten Höhepunkt meiner Macht nach diesem Einzug. Haben das für Ende jener angekündigt. Ich habe aber gesagt, es gibt zwei Bedingungen. Ich will, dass Hans-Peter Haselsteiner und Heide Schmidt in der ersten Reihe mit dabei sind bei dieser Hochzeit. Weil es ist einerseits eine Fusion, andererseits, technisch können wir es nur so lösen, dass wir eine der Parteien auflösen. Das wird nicht NEOS sein. Und da habe ich ganz großen Respekt, weil das LIV hat sich aufgelöst, war 20 Jahre älter wie wir. Und da haben schon der Hans-Peter und die Heide auch Tränen in den Augen gehabt, da Ende Jänner. Als da auf der Folie in diesem Riesensaal in Niederösterreich draußen war man im Brunnen am Gebirge, steht LIV, Klammer, in Auflösung. Und das stimmen wir mal jetzt ab. Und ich glaube auch, dass der Hans-Peter vor Weihnachten noch einmal einen Schub gekriegt hat und wollte es, glaube ich, noch einmal abblasen, aber ich glaube, die Kur war schon zu weit aus dem Stall. Aber das war ein Glücksfall, dass uns das gelungen ist. Haben wir dafür einen Preis bezahlt? Naja, jede Partei haben wir einen Flügel. Ja, die NEOS haben Flügel. Jede Partei hat Flügel. Also eine Partei ohne interne Komplikationen ist vor allem eines. Tod. Jede lebendige Partei, Partei ist immer eine soziale Integrationsveranstaltung und dadurch entstehen automatisch Flügel. Weil du musst diese Integration, diese Meinungskanalisation über Kanäle bauen und die Kanäle per se bedienen Flügel. Weil so wie halt eine parlamentarische Demokratie Parteien braucht, auch wenn wir sie nicht mögen als organisationale Gebilde, kannst sie abschaffen, dann musst du morgen wieder welche bauen. Du kannst sie anders nennen, aber sie werden Parteien sein. Du brauchst Aggregatoren, die quasi Meinung verdichten. Sonst musst du ja bei jeder Parlamentssitzung irgendwie sechs Millionen Meinungen anhören. Das musst du kaskadisch verdichten. Aber die ÖVP hat jetzt auch Wirtschaftsbund, Bauernbund, Seniorenbund, sind nicht zu viele Flügel, gehen die da nicht irgendwie blockieren und die nicht? Aber es ist halt eine Volkspartei, damit kann sie auch verschiedenste Segmente, also ich habe immer gesagt, weil dann manche gesagt haben, die NEOS sind so heterogen. Habt ihr schon einmal was von der ÖVP gehört? Wenn man von so den libertären Ecken im Wirtschaftsbund, die es auch gibt, bis hin zu fundi-katholischen Christgewerkschaftern auf der anderen Ecke, ist eine Weltreise, weltanschaulich. Und dass die in einer Partei Platz haben, ist erstens ein kleines Wunder, zweitens ist ein Beleg dafür, dass wir nicht unerträglich heterogen sind, sondern wir sind relativ homogen. Aber haben auch dieses freie Mandat natürlich immer hochgehalten, steht in den Statuten, dass man das auch nutzen darf, ist ja ohnehin verfassungsrechtlich verbrieft. Aber wir sind extrem inhaltsgetrieben. Die NEOS haben die höchste Rate an Mitstimmen mit Regierungsparteien, wird man öffentlich nicht glauben. Aber wir beurteilen die Dinge danach, ob sie Hand und Fuß haben, ob sie Sinn machen für das Land, für die Menschen, dann sind wir dabei, auch wenn es von jemand anderem kommt. Gleichzeitig hat es die höchste Rate an getrennten Abstimmungen, also dass nicht alle Abgeordneten gleich stimmen, aber das darf nicht allzu oft sein, sonst hast du kein Profil mehr natürlich. Das ist auch als Klubobmann, nimmst du natürlich jemanden, der die Klublinie verlässt, auch in den Schwitzkasten und sagst du, du musst nicht vielleicht aufs Klo. Oder hast du die Argumente gehört? Du hast ja sogar bei der Sitzung gefehlt, wo wir das festgelegt haben, gemeinsam, nach fünf Wochen gemeinsamer Diskussion. Also du hast da schon deine kleinen Druckinstrumente, die du sukzessive erhöhst, weil du musst natürlich auch schauen, dass du ein erkennbares Profil hast. Aber das geht bei den NEOS nicht so weit, dass du, also wenn du nach dem vierten Schwitzkasten, der natürlich trotzdem gewaltlos passiert, sagst du, aber das ist meine Meinung, dann sagen wir, naja, unsere Kernwerte sind Authentizität, Wertschätzung, Eigenverantwortung. Da müssen wir da schon zugestehen, dass du deine eigene Meinung hast. Und das verfassungsrechtlich verbricht wir Recht auf das Freimandat sowieso. Wie ist das jetzt beim, wenn man sich jetzt die sehr bekannten Gesichter der NEOS anschaut? Sie sind weg, die Imker Gris ist weg, die Angelika Mlina ist weg, der Sepp Schellhorn ist weg, der Nico Alm ist weg. Das waren so irgendwie Posterboys und Postergirls. Warum ist der Verschleiß so hoch, wenn man eigentlich eh das eigene Mandat quasi macht? Naja, weil wir auch gesagt haben, wir sind keine Sesselkleber. Ich glaube, dass es für viele Abgeordnete und viele Parteien nicht einfach ist, einen anderen Job zu finden, wo sie das Gefühl haben, über ähnliches Einkommen oder Sozialprestige oder wie auch immer. Ich glaube, dass NEOS halt sehr unternehmerische Typen auch sind. Und man kann uns auch woanders brauchen, um das irgendwie platt zu formulieren. Wir können auch unsere Selbstwirksamkeit woanders entfalten. Ich bin ganz entzückt, wenn ich draußen bin, überall in der Republik jetzt NEOS treffe, die gründen Sozialinitiativen, Social Startups, Social Entrepreneurship-Unternehmungen. Andere Unternehmungen sind vielfach auch in Angestelltenjobs natürlich, sind in Vereinen führend tätig. Das ist doch großartig. Wir durchwirken die Gesellschaft. So war es geplant. Und da ist mir die Frage, zwei Prozent mehr oder weniger ist immer wichtig, aber eigentlich sekundär. Also durchwirkt diese neue Haltung. Politik ist der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben. Schauen wir, dass wir da positiv sind. Gehen wir ins Tun miteinander auf Basis von Werten, die wir auch achten. Das kannst du überall brauchen. In jedem Kegelklub, Skifereien. Und da sind sie unterwegs. Irmgard war großartig, aber angesichts ihrer Biografie auch für mich erklärbar, dass sie dann die Entscheidung getroffen hat. Sepp hat immer viel zu tun, auch unternehmerisch. Und mit Corona war, wenn du fünf Unternehmen hast, bist du deppert. Also Fachkräftemangel in Tourismus, Gastronomie, riesig, verstehe ich. Niko Eim hat für sich gesattelt. Das wird persönliche Motive gehabt. Es gibt genügend strahlende Namen, die Beate Meinl-Reisinger, die hier strahlt. Der Niki Scherack, der ein beseelter Parlamentarier ist. Der Duxi Hoyosch, der hier den Generalsekretär macht und auch mit ruhiger Hand führt. Aber frustriert die Politik? Claudia Ramon, die das in Europa macht. Auch die, die neu nachkommen. Die Martina Künzberg-Sahre als Bildungssprecherin, die beherzt diese Sachen am Park. Also es kommen der Christoph Wiederkehr, der das gut macht. Auf seine Art, nämlich sehr verbindlich, nicht destruktiv, nicht negativ. Manche sagen, kann der nicht lauter sein, kann der nicht ab und zu dem Ludwig eine reinhauen. Dann sage ich, ja, das hätte großen Unterhaltungswert. Aber der tickt anders, der will was weiterbringen. Und ich finde, dass solche Politiktypen auch sehr hilfreich sind. In Dracolini in Niederösterreich, die Andrea Klambauer in Salzburg in der Landesregierung. Genau, aber die Frage ist schon, ist das sozusagen der politische Verschleiß, eine frustrierte Politik? Ja, sicher auch, ja. Und ich denke halt, natürlich ist das frustrierend. Also aber nicht nur jetzt für Neos oder so. Stell dir vor, Sie sind irgendwie junger ÖVP-Funktionär und sagen, ich habe einen Lebenstraum. Ich will, bevor ich sterbe, einmal Abgeordneter gewesen sein. Einer von 183 in einer Republik mit neun Millionen Menschen. Statistisch extrem unwahrscheinlich. Ultimative Erfolgs- und Karrierefall. So, und dann kann es sein, weil er halt irgendwie brav marschiert ist oder auch was kann möglicherweise, dass er 15 Jahre später Abgeordneter ist im Nationalrat. So, dann kommen die hinein und das ist ihr Lebenstraum. Und dann merken sie plötzlich, ui, jetzt bin ich ein Hinterbänkler. Hände falten, Goschen halten. Ich war mal 2001 mit jungen Unternehmerinnen und Unternehmern im Parlament. Damals war der Andreas Kohl da. Ich glaube, er war Parlamentspräsident auch. Ja, oder jedenfalls Klubobmann oder was auch nicht, was er genau war. Aber der hat uns das erklärt und die jungen Unternehmerinnen, die haben gesagt, naja, sie drucken das halt nicht ganz durch, dass irgendwie das Know-how da irgendwie sekundär ist und Kompetenz. Oder halt, dass das nicht so viel zählt. Dann sagt er, da haben sie recht, bei uns zählt Seniorität und Kompetenz. Und zwar in dieser Reihenfolge. Da haben die geschluckt und gesagt, was will uns der da sagen? Das ist ja verrückt. Neben ihm ist ein junger Abgeordneter gestanden aus dem Weinviertel, der auch Teil unserer Gruppe war. Der Herbert Donerbauer damals. Toller Typ. Dann sagt er, naja, das ist so. Also es zählen Seniorität, wer ist länger dabei und Kompetenz. Und zwar in dieser Reihenfolge. Wenn du da neu reinkommst, dann heißt es das erste Mal, Wurstsemerl holen. Legt den Arm auf die Schulter von diesem jungen Abgeordneten und sagt, stimmt's nicht, Herr Herbert? Und da kann schon was knacksen in dir. Also wenn dein Lebenstraum dann heißt, Wurstsemerl holen, hinten anstellen. Du hast gedacht, jetzt habe ich zehn Jahre nachts plakatiert, ehrenamtlich. Und jetzt hole ich da herinnen Wurstsemerl. Da brauchst du Coping-Strategien, um nicht in den Zynismus zu wandern. Manche werden sie nicht ausreichend finden. Manche gehen in Drogen. Andere, wie in anderen Berufen auch. Andere gehen in Zynismus. Das ist immer naheliegend für Intellektuelle und Halbintellektuelle. Also sich das zu überhöhen sprachlich und zu glauben, das ist eine positive Bewältigungsstrategie, ist es nicht. Versifft dich, versaut dich, entfremdet dich von dir selbst. Ich glaube, dass fast alle Politikerinnen und Politiker in fast allen Parteien mit Idealismus gestartet sind. Mit ganz viel Idealismus. Und dieses Feuer, diesen archimedischen Punkt eines Tuns immer auch lebendig zu halten, das ist unendlich schwer. Warum geht das aus? Ja, weil es natürlich auch ein Ort ist, der mit unendlich viel Negativität gefüllt ist. Also es gibt ja keine andere Branche in unserer Gesellschaft, wo jeden Morgen Hundertschaften aufstehen und sagen, wie kann ich heute meinem Mitbewerb schaden und Schmerzen zufügen. In den amerikanischen Wahlkämpfen ist, wenn man es glauben darf, und ich befürchte, es wird wohl so sein, der Posten Intelligence, Negative Campaigning, Dirty Campaigning, mittlerweile der Größte. Also Dreck sammeln und Dreck werfen ist der Größte von diesen hunderte Milliarden schweren Wahlkämpfen. Und wir glauben, das macht nichts mit dem Land und mit den Menschen. Und diese Techniken sind bei uns natürlich breit angekommen. Österreich ist extrem professionalisiert in Sachen Politik. Also ich war jetzt auch punktuell in der Politikberatung in Deutschland, am Balkan, in Afrika. Da macht mir große Freude, da irgendwie Bewegungen zu unterstützen, gegen Hypedispoten oder was Sinnvolles zu machen. Und es ist kein Land so professionalisiert wie Österreich, weil wir natürlich ganz viel Geld drin haben. So hohe Parteienförderung wie sonst nirgends in Europa. Und damit sind wir auch professioneller. Die Deutschen, die staunen dann, die halten das für abwegig, was wir machen. Und ich muss lachen, wenn sie in einen Landtagswahlkampf ziehen ohne Umfrage. So könntest du nicht, das hatte ich gesplant. Ja, wir haben aber das. Diese Bundesländer sind so groß wie Österreich. Also das ist absurd für uns Österreicher. Außer, dass ich das auch so erlebt habe. Wir haben uns früher immer nur eine Umfrage pro Jahr geleistet. Bis 2017 haben wir nicht mehr. Meistens ein 800er-Sempel. Das war eher zur Selbstvergewisserung. Wir haben so viel Außer-Sagen das nicht können. Aber ja, aber auch natürlich bei uns. Österreich ist schon auch sehr negativ. Also ich finde ja, dass ein echter Schatten über diesem Land liegt. Also die Demokratie ist weltweit in der Krise. Eben ringt mit diesem Standardmodell aus Lüge als Standardinstrument, Professionalität, viel Geld. Und das ist schwierig. Das versaut die Demokratie. Unterminiert sie auch. Also insofern ist nicht klar, ob wir sie halten können, finde ich. Weil auch von den USA herkommend, oder wo immer wir die Wiege verorten wollen, aber wahrscheinlich moderne Politik kommt stark von den USA in den Methoden. Wir sehen ja, dass die schon einen Schritt weiter sind in der Rue de la Gague. Und das ist eine Einbahnstraße. Ob du da als Demokratie rauskommst, I don't know. Rückwärts. Das wird die große Frage der nächsten Jahrzehnte sein. Ich glaube, dafür muss man kämpfen. Ich glaube, Österreich hat Glück gehabt. Ich glaube, dass uns eine nochmalige Konstellation, Sebastian Kurz mit Blau, innerhalb von drei Jahren an Ungarn vorbeigenommen hätte. Weil sie die Zeitungen, Medien insgesamt kassiert hätten. Großteil hatten sie schon in der Ziehung. Und es eine große Frage war die Auseinandersetzung mit der Justiz. Und hätte, diese Auseinandersetzung steht ja jetzt bevor noch in Verhandlungen, aber ist eine andere, wie sie geplant war. Also wäre die Auseinandersetzung, hätte die gelautet, wir als Machtblock gegen die Justiz, und die Justiz verliert das. Als freie Justiz und als eine Säule der Gewaltenteilung. Dann hätten sie die Justiz natürlich kassiert. Alles mit viel mehr Eleganz wie Ungarn. Das wäre schleichend innerhalb von drei Jahren passiert, oder vier Jahren. So wie halt Orban relativ brachial Zeitungen geschlossen hat, mit Hilfe von österreichischen Unternehmern übrigens. Die die gekauft haben und später geschlossen haben. Mitunter, nicht flächendeckend, aber das hätte diese Partie viel eleganter gemacht. Das wäre wie der Frosch im Kochtopf. Die Mehrheit der Bevölkerung hätte es kaum gemerkt. Wir haben eine Todelsau gehabt. Wenn das so gelaufen ist bei dieser Hausdurchsuchung, dass jemand gesagt hat, da drüben steht noch was. Und jemand anderer gesagt hat, nein, das ist ein Router, das brauchen wir nicht. Und jemand anderer gesagt hat, nein, ich glaube, das ist ein Time-Kapsel, glaube ich, auch bei diesen iPhones. Ah, nehmen wir es mit, dann schaust du. Also es sind halt Zufallsfunde. Also wir haben da Glück gehabt. Wenn Sie die Medien ansprechen, haben Sie das selber erlebt, dass Sie da nicht durchkommen? Oder wie haben Sie das? Ja, das ist alles auch sehr elegant. Also auch hier knallt der Kanne eine Tür auf die Nase und sagt, schleicht die Eure. Sondern das ist halt, du findest mit deinen Themen nicht so viel Niederschlag. Natürlich habe ich es erlebt. Also wir haben ja 2014, Anfang 2014, gab es eine Umfrage mal in Schwankungsbreite zur ÖVP. Damals hat die ÖVP beschlossen, wir müssen die jetzt, also wir, sie waren auf 14 Prozent oben und die ÖVP auf 20 Prozent drunter schon und wir müssen die jetzt vernichten mit aller Gewalt. Und da haben wir einige Bälle auf den Sechzehner gelegt und die haben es geschossen. Zum Beispiel das Thema Cannabis. Wir wollten das liberalisieren und entkriminalisieren und ich habe gesagt, das war die erste Abstimmung, die ich verloren habe. Da ist ein junger Typ aufgestanden namens Christoph Wiederkehr, ich habe den noch nie gesehen und hat gegen die Haltung des Parteichefs gewettert. Es waren kaum mehr Leute da an dem Abend bei dieser Versammlung, nur noch Junge. Und ich habe gesagt, wir müssen das in zwei Schritten machen. Entkriminalisierung und dann Freigabe, kontrollierte Freigabe über Apotheke. Sonst würde das die Bevölkerung nicht verstehen und auch nicht mitmachen. Und so müssen wir das auch fordern. Und die haben gesagt, das ist ein bisschen weicher, ist ein bisschen verzopfter, alter weißer Mann-Gedanke. Habt ihr die Abstimmung auch verloren? Wir waren als Vorstand nicht gut aufgestellt, das haben wir nicht so organisiert. Die ÖVP hat eine Agentur organisiert. Und zum Beispiel in der Kronenzeitung habe ich dann ein Zweiseiter gekriegt, bin in einer Bildmontage in einer Wiese gelegen mit einem riesen Joint. Und da wurde auch, also die Neos fordern, die Freigabe auch von Heroin, Cocaine etc. Das war brutal. Also ich bin ab und zu in den Seitenteller reingekommen, wo der Stammtisch mich fast verspeist hat. Die haben gesagt, Sie? Sie? Sie sind der, der unsere Kinder vergiften will, oder? Wir haben Fehler gemacht, Schwächen gezeigt. Also wir kennen jemanden, der in einer Agentur gearbeitet hat. Er hat gesagt, wir haben am Abend eine Sektflasche aufgemacht, weil wir haben gewusst, jetzt sind wir uns am Schlawittl. Also das war ein Doppelpass natürlich mit einer Zeitung. Und ich denke, dass auch Geld geflossen ist oder auch nicht. Aber hat ja auch ins Konzept der Kronenzeitung gepasst. Oder um auch nicht nur auf der ÖVP da herumzureiten. Die ticken halt so. Die SP hat das immer lustig gefunden, dass wir Neos uns gründen, weil die haben das Gefühl gehabt, die nehmen der ÖVP genau die zwei Prozent, die uns zum Kanzler machen 2013. Am Tag nach der Wahl, im September 2013, gab es einen Anruf in der Firma, wo ich noch Anteile hatte, seit einem Jahr oder seit einem Dreivierteljahr schon nicht mehr Geschäftsführer war, ob ich wohl noch Anteile habe hier. Wir hatten damals einen Auftrag, auch im Umfeld der Stadt Wien. Und die SPÖ hat beschlossen an dem Abend des Wahltags, wir haben ein Problem mit den Neos. Falls die gemeinsam mit der ÖVP und der FPÖ gehen, können die die Machtverhältnisse in Wien kippen. Wir müssen die umbringen. Also dann haben die ähnliche Nummer abzogen wie die ÖVP. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur in der Genetik der ÖVP liegt, sondern die sind halt später dazukommen, weil sie später den Druck gespürt haben. Und die SPÖ hat zum Beispiel eine Wahnsinnskampagne bei uns gemacht mit dieser Wassergeschichte. Wir haben die Stadt Wien kritisiert, weil es gab einen Rechnungshofbericht, dass mehrere hundert Millionen Euro über die Jahre für überhöhte Müll- und Wassergebühren eigentlich zweckentfremdet werden im Budget. Und wir haben gesagt, naja, tut sie mal die Rohde austauschen, weil die platzen eh alle paar Monate irgendwo anders, wenn wir das schon zahlen als Bürger. Oder wir tun das in privatwirtschaftliche Hände geben, so wie in vielen Bundesländern, privatwirtschaftliche Genossenschaften. Außerdem haben eine Million Menschen in Österreich braten privates Wasser am Brunnen. Und dann auch privatwirtschaftliche Versorgung. Also das ist ein Faktum. Die SPÖ hat das erkannt und hat gesagt, jetzt haben wir es am Arsch. Die privatisieren das Wasser. Und die Mlina hat ja dann, glaube ich, ein... Ja, wir waren da bocciert auch. Wir konnten das, da war die Angelika, aber auch ich, haben das nicht kontern können. Aber das war auch eine eigene Kampagne, die beauftragt wurde und die im Doppelpass mit Zeitungen gespielt wurde zum Beispiel. Die Zeitungen haben natürlich kein Interesse daran gekommen. Die haben gesagt, die sind so ehrlich und so authentisch und so transparent. Diese Millionen, die wir da angeführt da kriegen, also es fließen ja da locker mal 100 Millionen übers Jahr insgesamt, wenn du alles hernimmst auf allen Ebenen, die unter der Hand halt zugesteckt werden für Freundlichkeiten, ob das mit denen auch möglich sein wird? Also wir brauchen die auch nicht unbedingt. Ja, das war sicherlich immer wieder schwierig mit den Medien. Einerseits gab es viele Journalistinnen und Journalisten, die Sympathie hatten mit uns, sicherlich. Und in manchen haben wir auch eigene Schwächen gehabt und sind fremd. Ich habe zum Beispiel 2014, habe ich präsentiert, einen neuen Wohlstandsindikator. Ich habe gesagt, das BIP ist dumpf. Das Pluttoinlandsprodukt freut sich, wenn du einen Autounfall hast. Je größer der Schaden, umso mehr Freude beim BIP. Und damit steuern wir unsere Gesellschaft. Das ist ein bisschen fantasielos. Das ist ein bisschen krank eigentlich im weltweiten Maßstab für westliche Demokratien. Und jetzt haben sie auch die Kommunisten übernommen, erstaunlicherweise, die da jetzt ein bisschen gegensteuern, die Chinesen. Das ist auch interessant, müssen wir beobachten, dass sie nicht mehr rein BIP gesteuert sind. Ich habe gesagt, okay, BIP hat eine Berechtigung, aber nehmen wir 36 Steuerungsgrößen. Wir nehmen hinein Bildung, wir nehmen hinein Familie, Rechtsstaatlichkeit, Umwelt. Alles Indizes, die wir in der Europäischen Union oder sogar weltweit vermessen. Also nichts Schwurbeln, nichts Esoterik, nichts harte empirische Evidenz. Und damit steuern wir Wohlstand aus. Das ist ein bisschen in Rufweite das Sustainability Index der UNO. Ein bisschen inspiriert von dem französischen Experiment oder auch vom Glücksindex, wobei das anders geschraubt ist. Bhutan, das sehe ich ein bisschen kritischer, als es landläufig folkloristisch verklärt wird. Das ist ja auch keine Demokratie. Ja, wir sind trotzdem im neoliberalen Eck gelandet. Also das ist ja wohl das Gegenteil. Kann man googeln heute. Also Neuwind, Strolz, Presse, glaube ich, ist immer noch Presse, Artikel online. Wir konnten das nicht durchhalten und du wirst als Kleinpartei viel stärker fremd definiert. Wir waren extrem grün eigentlich in der Anfangsphase, aber sind natürlich im Parlament auf die Grünen getroffen. Die gesagt haben, was wollt ihr da? Wir sind der Schmidt. Damit ist unsere grüne Flanke sukzessive verarmt. Dann haben wir uns stark über die Wirtschaft definiert. Und dann mit ein paar libertären Einsprengseln konnte man uns natürlich fremd definieren auf das neoliberale Eck. Neos ist nicht neoliberal. Das sehe ich bis heute nicht. Wie ist es Ihnen eigentlich gegangen mit dieser, also ich habe es ja sehr früh porträtiert, da haben Sie mir ja diese Geschichte vom Wald erzählt, wie Sie da reingegangen sind, um sozusagen Ihre Bestimmung ein bisschen zu finden, dass Sie so immer als Esoteriker gezeichnet worden sind. Hat Sie das gestört oder war das für Sie irgendwie ein Nachteil? Ja, ich weiß, dass das halt die Gegner verwendet haben. Also ich habe da einige Begegnungen gehabt. Ich habe dann auch erzählt, dass ich, ich war ein Frühstück bei mir, bei der Claudia Stöckl, ich habe erzählt, jetzt war ich Fasten. Und da haben wir auch einläufig gemacht, keine Ahnung. Dann hat irgendwie der Ö3-Frühstückswecker mich am Montag in der Früh gespielt. Strolz macht sich Kastanien-Einlauf. Ich habe nur in der U-Bahn gemerkt, die schauen mich alle so komisch an. Hat dann auch braune Flecken auf der Hose. Oder habe auch darüber geredet, dass ich, was ich, in Sachen Sexualität fragen habe, dann gehe ich halt Buchherr-Session mit einer Sexualtherapeut. Den haben sie wieder verwitzelt und so weiter. Habe gesagt, ich war Fasten. Bei meiner Abschiedsrede ist einer hergekommen von den Abgeordneten und hat gesagt, du hast eh recht. Sag ich, bei was? Ja, du weißt eh. Sag ich, bei was? Ja, eh in allem. Aber wir haben das halt gegen dich verwenden müssen. Das mit dem Fasten war spannend. Das war schon 2016, so die Parlamentssitzungen sind ja mitunter lang. Das wird ja ein bisschen fad im Schädel mitunter. Oder halt ist es hart, da einfach die Aufmerksamkeit zu halten. Ab und zu gehst du auch in Gespräche mit einem Kollegen, mit einer Kollegin, auch über die Fraktionen hinweg. Ich finde das auch wichtig und richtig. Und da sind innerhalb von ein paar Monaten von jeder Partei Leute zu mir gekommen in solchen Parlamentsstunden, die sich hergesetzt haben und gesagt, weißt du, jetzt war ich auch Fasten. Hat mir gut getan. Also ich glaube, ich war auch Inspiration für viele. Ich glaube auch, dass zum Beispiel, wenn eine Parlamentssitzung damit beginnen würde, dass der Herr Parlamentspräsident, der ja seines Amtes in keinster Weise gerecht wird, weil er eigentlich der Klassensprecher für das Parlament ist und nicht der Fraktionssprecher einer Partei. Aber angenommen, würde ich sie einladen, alle gehen raus und suchen sich im Stadtpark oder im Volksgarten drüben einen Baum und umarmen mal 30 Sekunden einen Baum. Ich sage Ihnen, dieser Parlamentstag würde anders ablaufen. Die wären geerdeter, die wären mehr in der Verbundenheit, mehr in der Wertschätzung, mehr im Respekt. Das würde anhalten zwölf Stunden. Also ich habe sie mit Würde getragen, mit Ehre. Natürlich habe ich mich gekränkt gefühlt, damals, als ich dieses Gedicht geschrieben habe. Wahrscheinlich war es ein handwerklicher Fehler, der Krone bunt zu schicken. Aber grundsätzlich, keine Ahnung, Adenauer hat auch gedichtet, viele Politiker haben gedichtet, das kann kein menschlicher Fehler sein, zu dichten. Und das kann auch keine Schwäche eines Politikers sein. Irgendwann habe ich beschlossen, ich trage das mit Stolz und mit Dankbarkeit. Das war auch anlässlich des Umstandes, dass eine Gruppe von Gebärdensprechenden, also Gehörlosen, sind ins Parlament gekommen und wir haben gefragt, hey, wir haben uns halt unterhalten, wie heißen wir eigentlich bei euch? Und dann sagt der eine, also ich bin der Flügelheber, hat die Hände hochgehoben, das ist mein Name in der Gebärdensprache. Das war ein bisschen fast peinlich berührt. Aha, irgendwie heißt die Eva Glavischnik. Dann hat sie in den Haaren gedreht, weil die Eva hat immer in den Haaren gedreht, wir haben Parlamentssitzungen, da denkt man, das ist nicht so schlecht, Flügelheber, da ist eine inhaltliche Message drin. Und da hat sie Strache, ja, die haben mehrere Namen, da hat sie Strache, aber der geläufigste ist die drei Finger. Also die drei Bierbestellen. Da haben wir gedacht, ja, wie geil ist das denn? Ich habe den Einzigen, der eigentlich eine inhaltliche Botschaft hat. Und was ich, andere haben halt dann den Übernahmen gekriegt, Prinzessin auf der Erbsen und so weiter. Und dann denkt man, uh, Barmiumama ist eigentlich okay, weil das hat eine Botschaft. Ich bin ein Bergbauernpupp. Und das Thema Umwelt ist uns so wichtig, auch wenn es nicht gesehen wird. Und dann habe ich es selbst kultiviert. Aber habe auch Erfahrungen gemacht. Schreibe ich in meinem letzten Buch Gespräch mit einem Baum drüber. Ich habe in einer Parlamentsdebatte einmal mit dem Finanzminister haben wir da diskutiert und da habe ich gesagt, wir brauchen schon da einen offenen Geist, offenes Herzen, offenen Willen, wenn man diese Diskussion hier, dann schaut mich der Finanzminister Schellinger an und sagt, ach, geh doch bei mir umarmen. Und die Partie hat gelacht. So habe ich beschlossen, okay, ab jetzt zeige ich das nur noch auf Englisch mit dem Absender Otto Schama, MIT, Massachusetts Institute of Technology, dann sind alle immer sehr berührt und voller Ehrfurcht. Und dann hat man gedacht, wir sind schon ein schlichtes Geschöpf, auch Spezies Mensch. Also natürlich bin ich immer wieder gekränkt, aber es überwiegte eigentlich auch die Dankbarkeit, dass ich hier eine Botschaft tragen konnte und zuletzt auch in ein Buch gepackt habe. Wie war das dann, als Sie zurücktreten sind? Da waren ja die Medien, so habe ich es zumindest beobachtet, sehr positiv Ihnen gegenüber. Und mir ist immer vorkommen, man wird dann sehr lang kritisiert und am Ende, wenn man geht, dann klatschen alle. Sehen Sie das auch so, dass der Beliebtheitsmoment sozusagen immer beim Abtritt dann der höchste ist? Oder wie geht es einem da? Das hält eigentlich an. Es vergeht kein Tag, wo ich eine Zuschriften bekomme auf irgendwelchen Kanälen. Sie fehlen oder wann kommen Sie zurück. Das ist seltsam. Weil da gibt es so viel Begeisterung, dass ich mich frage, hatte ich eigentlich eine absolute Mehrheit? Also es ist ein bisschen, nur ein Bruchteil kann mich gewählt haben, von denen die Ex-Post so begeistert sind. Das muss man immer relativieren. Das ist quasi die Überhöhung des Verflossenen. Keine Ahnung. Das belustigt mich eher. Also ich bin da jetzt nicht gekränkt. Ich bin verwundert. Ich hätte das nicht so erwartet. Ich freue mich über einen sehr positiven Abgang. Also eine Parteiübergabe ist nachher in der Raketenwissenschaft. Wir haben ein zehnseitiges Drehbuch gehabt auf Excel. Und wenn dir die Zeile eben 54 explodiert, bevor 53 und 52 und 51 abgearbeitet sind. So wie beim Christian Kern. Der hat, das ist einfach geleakt worden, oder wie immer, drei Stunden zu früh oder vier Stunden. Damit war er plötzlich Passagier. Nicht mehr Pilot, sondern aus eigenem Abgang. Und was steht da in der Excel-Liste drinnen? Ja, da stehen ganz banale Dinge drin. Wann sage ich es der Mama? Wann sage ich es der Schwester? Wann sage ich es meinen Mitarbeiterinnen? Wann sage ich es dem Vorstand, dem erweiterten Vorstand? Wann sage ich es den Mitbewerbern? Wann sage ich es den Medien? Wann sage ich es der Republik? Was sind die 15 Schritte, die das statutarisch bedeutet? Wann sagen wir es den Mitgliedern? Wann sagen wir es Mitstreitern über die Jahre? Also Kommunikation sozusagen. Ganz viel Kommunikationsarbeit. Das ist vor allem ein Kommunikationsakt. Aber mit tausend, stell dir vor deine, die Mama ist mittlerweile gestorben, die hält schon was aus, hätte auch damals was ausgehalten. Aber du willst ja nicht, dass das ganz enge Mitstreiter aus den Medien erfahren. Ganz diffizil. Also ich habe es entschieden zu Weihnachten und meine Büroleiterin hat damals alle meine Mails auch mitlesen können, auch die privaten. und irgendwie war ich in Kontakt mit einem deutschen Verleger und irgendwie hat sie mich nach den Weihnachtsferien gestellt und gesagt, kann das sein, dass du darüber nachdenkst zu übergeben? Aber nicht, oder? Und ich habe gesagt, ja, ich werde dir nicht anlügen. Das wird so sein, aber kann erst sein nach den Landtagswahlen und jetzt gibt es zwei Punkte, die wichtig sind. Erstens, ich brauche eh jemanden, der mit mir vorbereitet, das bist du. Und zweitens, du hast das, das ist dein Geheimnis. Das ist unser Geheimnis. Meine Frau auch noch. Meine Frau hat dann im Frühjahr ihre Stimme verloren. Und dann haben wir da ein bisschen herumgedoktert und dann haben wir da ein Buch über körperliche Sensationen, Manifestationen. Steht drin, Stimmverlust. Ihnen wird verboten, über wichtige Dinge zu sprechen. Dann hat sie zwei Wild-Tickets, Wild-Cards bekommen. Aber die müssen halt das mit ins Grab nehmen, bis Juni. Und ich habe es zwei Freunden, einem Freund auch gesagt, aber bei einer Whisky-Session, das habe ich selbst vergessen, hat er mir erst später erzählt, er hat es gewusst. Also sowas zu halten, war schwierig. Und sowas vorzubereiten, ist schwierig, weil ich war dann die Tage davor in Amsterdam und in Berlin, auch intuitiv eingetaktet, zwei Auslandsreisen. Ich habe den Vorstand vorbereitet, dass da was kommt, habe aber gleichzeitig immer wieder Projekte eingehängt, die über die Kante des Herbst gegangen sind. Die waren also sehr verwirrt. Und das hat dann der Nick Tonig als Generalsekretär angerufen in der letzten Woche aus Kärnten. Er ist da gerade unterwegs. Aber wir fliegen aus der Kurve, irgendwas stimmt nicht. Er muss dringend, wir müssen reden. Und ich habe gesagt, ja, wir müssen reden. Das sehe ich auch so. Und irgendwas ist da unterwegs. Aber ich bin jetzt nicht da. Nein, wir müssen sofort. Und so, ich habe gesagt, nein, wenn ich da bin. Und dann bin ich nur einen Tag zurückgekommen für den 1. Mai. Dann war der Tag der Bildung gefeiert mit einer öffentlichen Veranstaltung im Hub, Impact Hub. Und dann war ich wieder weg. Und dazwischen, am Vortag war ich noch spazieren mit der Beate Weinle-Reisinger und habe gesagt, das wird passieren nächste Woche. Und ich sehe, du bist die Nachfolgerin. Und du musst es auch für dich behalten. Und ich habe den Vorstand dann erst am Morgen von der Pressekonferenz eingeweiht. Da habe ich lange gerungen, weil ich es eigentlich vorher machen wollte. Aber ich war dann in Amsterdam am Flughafen. Am Abend habe ich vom Flughafen aus die Vorstandssitzung auf sieben Uhr vorverlegt. Und als ich gelandet bin in Wien, war schon auf meiner Mailbox, ob es stimmt, dass ich zurücktrete. Also das war wohl, die richtige Entscheidung ist nicht, das hat sofort Kreise zogen. Und wenn das halt passiert, und da habe ich wahnsinnig viel Glück gehabt. Wir haben es sehr professionell vorbereitet. Aber es ist natürlich, ich habe gesehen, wie es bei der Eva gelaufen ist. Klavischnik war nicht so erquicklich zum Zuschauen. Und ich habe gesehen, wie es bei einigen anderen gelaufen ist. Also ich bin einfach nur dankbar, dass das gut gelungen ist. Da war sehr viel Glück dabei und sehr viel Schweiß. Schließen Sie jetzt eine Rückkehr in die Politik aus? Nein, ausschließen kann ich es nicht. Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass ich noch einmal eine parteipolitische Phase habe. Das ist durch. So, wenn ich hinspüre, auch von meinem Gesamtsystem. Ich halte Parteien für wichtig. Ich halte Parteiführung für wichtig. Das ist, hörst du bitte an. Irgendwer muss das machen. Und hoffentlich gut. Aber für mich ist das nichts mehr, wo ich jetzt Jahre meines Lebens einstellen wollte. Ich glaube nicht mehr, dass ich diese Energie habe, um dort gut zu servieren. In anderen Rollen mag sein. Aber ich strebe nichts an. Aber... Das ist jetzt die Politikant. Ja, nein, das meine ich auch so. Ich muss nichts mehr werden. Ich habe zweieinhalb Mal ein Angebot gehabt als Minister. Also wenn es mir darum geht, von verschiedenen Parteien im Übrigen. Wenn es mir darum geht, eine Visitenkarte zu haben, wo Minister draufsteht, das hätte ich entscheiden können. Aber ich muss auch zur Kenntnis nehmen, nach vier Jahren jetzt, ich bin ein Polit-Schädel. Und das muss ich ernst nehmen. Ich habe jetzt so ein neues Format, Pilot, Pilotin des Lebens, der eigenen Zukunft Form geben, wo ich zwei Tage jetzt zum ersten Mal hineinarbeite, mit Menschen in das Thema Talente, Berufung. Jede Gabe ist eine Aufgabe. Jeder von uns kann was anderes. Und wir sind in der Pflicht, und das ist jetzt nicht katholisch überhöht, es gibt auch dort Geschichten zu Talenten und Berufungen, aber wir sind in der Pflicht, unsere Talente zu bewirtschaften, in der menschlichen, ungelebtes Leben vergiftet. Und da muss ich einfach auch anerkennen, dass ich eine wahnsinnige politische Energie habe. Ich habe sehr viel unternehmerische Energie, habe viele Vereine mitgebaut, auch Unternehmen mitgebaut, bin jetzt auch Startup-Unternehmer mit Story One oder auch bei Something Creative, wenn eine IT-Produktentwicklungsagentur drin ist und jetzt mit in Vorbereitung für ein weiteres Bildungs-Startup, Impact-Startup. Also ich will was bewirken, mir geht es ja nicht um Geld. Ja, dann hätte ich auch CEO-Jobs angeboten bekommen, internationale. Ich will es vereinbaren können und müssen mit der Familie. Ich liebe Politik und ich liebe meine Familie und meine Frau und da muss es irgendwie vereinbar sein. Und bis vor wenigen Monaten hätte ich gesagt, das ist nicht vereinbar und ich merke, dass ich da differenzierter beginne zu denken. Aber ich bin noch nicht durch mit dem ganzen Gedankengang. Ich merke aber, dass das Thema nicht ganz stabil ist. Das ist eine ganz ehrliche Antwort. Wenn Ihre Kinder sagen würden, Papa, ich mag was bewirken und Sie gleichzeitig sagen, dass die Politik enorm dreckig ist, jetzt als Familienvater gesprochen, wo würden Sie sagen, dass junge Menschen Sie am effektivsten einsetzen können, was bewirken können, ohne dass sie zynisch werden oder durchbrennen? Da gibt es Millionen Orte und noch mehr. Ich glaube, jede und jeder in seinem Umfeld und man muss ein bisschen probieren auch. Also die jungen Leute kaufen ja auch nicht die aus den Jeans, die sie in die Hand kriegen. Dann sage ich auch immer, schaut es euch halt an, die, keine Ahnung, die jungen, freiheitlichen, grünen, roten, schwarzen, türkisen, pinken. Man muss auch ein bisschen hinspüren. Also Sie denken aber schon politisch, nicht Journalismus oder Wirtschaft? Nein, das sehe ich ganz breit. Ich bin ja auch nächste Woche jetzt bei einem Summit von Sigma Square, das ist so eine weltweite Vereinigung von Gründerinnen und Gründern unter 26, haben auch 9 Unicorns in ihren Kreisen schon, haben zwei Aufnahmekriterien unter anderem, also nur auf Einladung, aber Humbleness, also Demut, Bescheidenheit und sehr impactgetrieben im Umweltbereich, Sozialbereich. Also nein, man kann heute, ich finde es großartig, dass die High Potentials heute nicht den Wunsch haben, ich gehe zu McKinsey, so wie in den Nullerjahren oder so, sondern ich mache ein Impact-Startup oder sowas im Ökologiebereich oder im Sozialbereich oder im Energiebereich. Großartig. Ich kann in einen Verein gehen, in eine Bürgerinitiative, Fridays for Future, Nahversorgung, Kretzelmanagement, ich kann zur Landjugend gehen, um da unverdächtig zu sein, ich sehe ja im Schwarzen Eck, der Türkisen, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich kann bei uns, bei Story One, ein Buch schreiben, jetzt haben wir den Young Storyteller Award gehabt, ist der größte Jung-Autoren-Wettbewerb, Autorinnen-Wettbewerb im deutschsprachigen Raum, im zweiten Jahr schon 1200 Storybooks, die eingereicht werden. Jedes Buch von diesen jungen Menschen ist eine Aufrichtung eines Menschen, eine Manifestation, in Raum und Zeit, mit einer Botschaft. Die wachsen fünf Zentimeter mit der Abgabe dieses Buchs. Ich kann in eine Theatergruppe gehen. Whatsoever. Jeder muss hineinspüren, also das ist mir so wichtig, dieses, auch beschrieben, in sein Pilot deines Lebens, in dem Buch, sich vom inneren Ort her führen. Und jetzt werden wir nur mal, die sagen, es ist esoterisch. Nein, Inner Place ist MIT, Otto Schama, also harte Währung, auch von einem Typen, der an einer Elite-Uni forscht und das Thema beforscht, wie kommt das Neue in die Welt. Wir sollten uns von unserem inneren Ort her führen lassen und von der Zukunft her auch. Wir sollten uns der Vergangenheit bewusst sein, aber leading from the future, as it emerges, sagt Otto Schama, finde ich ein wunderschönes Bild. Also ich führe mich von der Zukunft her, wie sie dabei ist, Form zu bekommen, aufzustehen. Schauen wir trotzdem jetzt noch mal kurz in die Vergangenheit, zehn Jahre Neos, mit dem Anspruch, Österreich zu erneuern. Wie weit klaffen da Anspruch und Wirklichkeit auseinander und was bleibt davon bis jetzt? Große Dankbarkeit, dass vieles gelungen ist. Gab es zwischenzeitlich größere Pläne? Ja, in hunderttausend verschiedenen Formen. Also manche hätten gedacht, es geht schneller. Selber war ich sicher auch ab und zu. Also ich bin bei fast jeder Wahl dann, meine Tochter hat gesagt, Papa, warum bist du immer zu zuversichtlich? Ich bin da eher ein bisschen drüber immer. Ja, vielleicht, weil ich es auch noch so durchdruck, die Monate davor. Es darf schneller gehen. Ich glaube, dass natürlich eine Partei, die neu ankommt und sich dann auch etabliert, den inhaltlichen Diskurs in einem Land verschiebt. und ich glaube, dass NEOS den inhaltlichen Diskurs verschoben hat in Richtung eben mehr Eigenverantwortung und Freiheit, mehr Nachhaltigkeit, das Thema Bildung zu einem politischen Top-Thema gemacht hat, in den letzten Jahren wieder ein bisschen nach hinten gereiht. Aber wir haben zum Beispiel, als ich das Buch die mündige Schule präsentiert habe, das haben wir 10.000 Mal geschickt an Entscheidungsträgerinnen und Träger. Die Regierung hat nach einem Jahr ein Schulautonomie-Paket nachgelegt, war nicht im Regierungsprogramm. Also solche Dinge waren möglich bereits. CO2-Steuer, die ersten, die es präsentiert haben, heute ist sie bereits in Geltung. Wir haben, glaube ich, ein Fenster aufgemacht, das zwischen Umwelt und Wirtschaft ein Unsteht und kein Oder. Wir haben mit dem Thema Flügelheben zehntausende Menschen, auch junge Menschen, ermächtigt, bekommen Zuschriften, auch jede Woche, wo Leute sagen, wissen Sie, dass die können ihnen genau sagen, wo sie das festmachen, an welcher Rede, an welchem Buch, an welcher Begegnung. Wir haben diesen Verein gegründet oder jenes Unternehmen oder diese Lebensentscheidung war von dem inspiriert. Also da sind hunderttausende Menschen berührt worden. Ist alles gelungen? Nein. Hat es sich dafür rentiert? Ja. Also ich bin da sehr versöhnt und einfach rundherum dankbar. In Österreich sagt eigentlich nie aktiver Politiker oder aktive Politikerin, was es sie wünscht. In Deutschland ist das ja dann anders, dass sie Koalitionen schon irgendwie sagen, wir wollen jetzt keine Ahnung, Rot-Grün haben oder wir streben das liberale Projekt an, FDP, CDU oder so. Gibt es von Ihnen einen Wunsch, jetzt als Ex-Politiker gesprochen? Nein, weil es sehr personenabhängig dann auch ist. Ich kann mir die Rendi Wagner als Kanzlerin vorstellen, weil wir waren Sitznachbarn im Parlament. Ich glaube, dass ihr das sogar besser stehen würde als Parteichefin. Das ist ja nicht immer die glücklichste, wobei die Haberer ihr das auch nicht leicht machen, also die Männerpartie rundherum. Aber ich kann mir, also ich halte halt die ÖVP für schwer Koalitions... Die ÖVP muss einfach auch diese Kurzphase noch aufarbeiten. Zu glauben, wir können uns drüber schwindeln, da rede ich jetzt als Organisationssoziologe und als Systemiker und Organisationsentwickler. Also zu glauben, wir schummeln uns drüber und sind ein bisschen am Rosinenpick ab und zu machen ein bisschen der Ausländer, ein bisschen Reminiscenz hier und dort und übrigens sind wir nicht irgendwie korrupt und so weiter. Nein, das wird sich für die ÖVP nicht ausgehen und das ist jetzt nicht mit Hämie oder sonst irgendwas, sondern das ist mein rein analytischer Befund, so wie ich das Ende von Sebastian Kurz 2017 sehr detailliert beschrieben habe und so wie es dann auch passiert ist und so wie ich auch im Oktober gesagt habe, letztes Jahr ungefähr gegen Weihnachten wird er auch den Parteichef zurücklegen und dann wird er was machen, wahrscheinlich international, wahrscheinlich Silicon Valley, so ist es gekommen. Also ich habe keine Glaskugel, aber manche Dinge erschließen sich mir und wenn die ÖVP sich hier nicht einer grundsätzlichen Erneuerung widmet, inhaltlich, personell, strukturell, kulturell, dann wird der Verfall nicht stoppbar sein. Dann wird es noch vitale ÖVP bürgerliche Parteien geben auf Landesebene und die werden sich auch immer aber es wird sich bei 20% und drunter einpendeln. Selbe gilt für die SPÖ. Und dann ab und zu kommt ein Star vorbei, also Österreich wird eben diese 5 Parteien haben, die jetzt da im Parlament sind, dann gibt es immer irgendwo eine Abspaltung, immer irgendwo hat gerade ein Milliardär eine Lust auf irgendwas oder eine Single-issue-Bewegung wie MFG. Also wahrscheinlich werden immer so 4 bis 5 Parteien im Parlament sein, eine kann es einmal auszuhauen, weil sie ein Tief oder eine andere ist gerade alle überstrahlend, so wie unter kurz die ÖVP. Aber das wäre die vierte Republik, der politische Pendelschlag, unterschiedliche Koalitionen, die Erneuerung in der Opposition zurück, inhaltlich, moralisch gestärkt, in die Regierungsverantwortung, um hier auch exekutive Arbeit für das Volk und das Land zu leisten. Völlig unaufgeregt, immer dann noch im Tagespolitischen mit großer Aufregung versehen. Absoluter Standard in Europa und so wird es auch in Österreich passieren. Das ist der beste aller Fälle, der mir einfällt. Und dann gibt es einige dystopische Vorstellungen, die ich auch habe und eine haben wir ja gerade überwunden. Also haben wir hoffentlich ein bisschen Schonung vor der nächsten. Aber die Vierte Republik kann nur stattfinden, wenn es die ÖVP nicht in der Regierung gibt, wenn ich sie richtig verstehe. Es ist unwahrscheinlich, dass sie es in einer Regierung schafft, diesen Erneuerungsprozess. Nein, das würde ich so brachial nicht sagen. Das heißt, die Vierte Republik ist einfach nur eine Dreier-Koalition? Ja, also politischer Pendelschlag, einmal die, einmal die und nicht mehr 30 Jahre oder 36 Jahre eine Partei. Aber der Pendelschlag kann nur funktionieren, wenn die ÖVP nicht mehr dran ist. Genau, aber das kann auch sein, dass nach drei Jahren kommen sie wieder oder wie auch immer oder dass sie sich personell so erneuern, dass es schon in zwei Jahren gelingt. I don't know. Ich weiß noch, was die vorhaben die nächsten Jahre. ÖVP-Chef Matthias Streu. Ich werde mich demnächst bewerben. Okay, super. Wenn man fad ist im Leben, kam bisher nicht vor. Sie hörten den zweiten Teil des Gesprächs, das Falter-Redakteur Benedikt Narodoslavski zum 10-Jahres-Jubiläum der NEOS, mit deren Gründer Matthias Strolz geführt hat. Das Gespräch über die Gründung und den Aufbau der Partei über den Alltag des politischen Betriebs, die ÖVP und das System Kurz wurde am 13. Oktober vor aufgezeichnet, also wenige Tage bevor die Geständnisse des ehemaligen politischen Vertrauten von Sebastian Kurz, Thomas Schmitt, publik wurden. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Hintergründe zur österreichischen Innenpolitik finden Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter kann ich Ihnen daher nur empfehlen. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audio-Technik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.